Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Vielen Dank für dein Interesse. Ich bin FBW, der Privatsparer. Dies ist der fünfte Teil meiner Videoreihe über die Plattform goldrevolution.com. In den ersten vier Teilen meiner Videoreihe habe ich dir gezeigt, wie man das Goldkonto anlegt, eine Eurozahlung vornimmt, einen Goldkauf durchführt und wie man einen Sparplan anlegt. Link dazu zu der Playlist findest du unten in der Videobeschreibung. Nun legen wir los und führen einen Goldverkauf durch. Um nun Gold, Bruchstücke von Gold zu verkaufen, klicke ich auf meinen Vault. Und hier dann auf Verkaufen. Du hast hier nun folgende Optionen. Sofortverkauf, ein geplanten Verkauf in der Zukunft oder einen Verkaufsplan, also einen regelmäßigen Verkauf zu einem gewünschten Datum. Ich wähle hier aus Sofortverkauf. In diesem Fall möchte ich Gold verkaufen in die Währung Euro und klicke auf Weiter. Hier kann ich nun die Grammzahl des Goldes eingeben, da ich verkaufen möchte, oder einen Euro Wert. Ich möchte hier nun Gold im Wert von 50 Euro verkaufen. Und klicke auf Weiter. Du hältst nur eine Übersicht der Bruchstücke, die in Euro verkauft werden, zum sofortigen Zeitpunkt. Die Preisgarantie besteht 5 Minuten. Du musst nun den Bestätigungscode eingeben, den du per Mail erhalten hast, um den Verkauf final zu bestätigen. Damit wurde die Verkaufsorder erfolgreich platziert. Sobald diese durchgeführt worden ist, findest du die Info dazu in den Nachrichten wieder. Nach ca. 10 Minuten war der Verkauf erfolgreich durchgeführt. Auch eine ordentliche Rechnung habe ich erhalten. In meiner Vault habe ich damit 50 Euro als Währungsguthaben. Diese kann ich mir auf mein Bankkonto auszahlen lassen, indem ich hier auf dem Button Auszahlen klicke. Wähle hier dann nochmal aus, dass ich Euro auszahlen möchte und klicke auf Weiter. Gebe den Betrag ein, bzw. in den Falle gebe ich an, gesamtes Guthaben verwenden. Klicke wieder auf Weiter. Und um die Auszahlung auf meinem Bankkonto dann final zu bestätigen, gebe ich den Verifizierungscode ein, den ich per E-Mail erhalten habe. Und mit Klick auf Auszahlung ausführen, sind die 50 Euro dann auf meinem Bankkonto unterwegs. Der Verkauf des Goldes im Goldkonto geht also sehr einfach und weil ich es sehr gut finde, der Verkauf erfolgt praktisch ohne Abschläge. Hier in meinem Test habe ich 0,6110 Gramm Gold verkauft und dafür 50 Euro erhalten. Dies entspricht praktisch genau dem Kurs, der mir zu dem Zeitpunkt auf dem Goldrechner auf gold.de angezeigt wurde. Klasse! Was hältst du von dem Goldkonto? Schreibe deine Meinung gerne in die Videokontare. In meinem nächsten Video meiner Videoreihe zu goldrevolution.com zeige ich dir, wie ich meine Goldkäufe und Verkäufe trecke und für meine Steuererklärung vorbereite. Abonniere also gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!